Amira Pocher.Oliver und sie reichen schon bald die Scheidung. Ein Punkt nach langem Streit haben sich Amira und Oliver Pocher in der Silvesternacht endlich versöhnlich gezeigt. Die Scheidung werden die Moderatorin und der Komiker dennoch einreichen. Und das schon bald. Nach ihrer Trennung Ende August 2023 haben sich Oliver Pocher, 45, und Amira Pocher, 31, einen öffentlichen Streit geliefert. Immer wieder haben Eltern zweier gemeinsamer Söhne in ihren Podcasts oder in den sozialen Medien gegeneinander geschossen. Auch das Weihnachtsfest haben sie getrennt gefeiert. Dafür sind sie sich Silvester wieder näher gekommen. Fans hofften bereits auf ein liebes Comeback, doch diesen Spekulationen setzt die Moderatorin umgehend ein Ende. Sie und Oli werden sich bald scheiden lassen.Oliver Pocher und Amira Pocher reichen bald die Scheidung ein. In der Silvesternacht hatten sich Oliver und Amira um Mitternacht zusammen in seiner Instagram-Story gezeigt. Sie machten einen losgelösten Eindruck, lachten wieder zusammen. Wer hätte das gedacht, so der Komiker. Dann fragte der 45-Jährige scherzend nach einem Kuss, Amira winkte zunächst ab, gab ihrem Ex-Partner dann aber doch ein kleines Küsschen auf die Wange. So unbeschwert hatten Fans die beiden lange nicht mehr gesehen. Ein liebes Comeback ist dennoch ausgeschlossen, wie Amira nun klarstellt. Bisher ist die Scheidung noch nicht eingereicht. Das werden wir aber in Kürze tun, sagt die Moderatorin gegenüber Bild. Sie und Oli würden derzeit einfach versuchen, zum Wohle der Kinder besser miteinander auszukommen. Wir arbeiten gerade daran, als Eltern für unsere Kinder ein bestmögliches Verhältnis zu haben, erklärt sie. Außerdem äußert sich die 31-Jährige zur Namensfrage. Vor wenigen Wochen hatte der Comedian angedeutet, dass seine Ex seinen Nachnamen ablegen sollte, nannte sie bereits bei ihrem Mädchennamen Amira Ali. Die zweifache Mutter scheint tatsächlich mit dem Gedanken zu spielen, ihren Namen zu ändern. Sie sagt, unsere Kinder tragen den Nachnamen Pocher, darum muss ich mir das gut überlegen. Halte das aber grundsätzlich für möglich. Nächstes Weihnachtsfest im großen Bett schwirkt Glück. Ich hoffe, das waren jetzt die einzigen Weihnachten, die wir in der Konstellation so verbracht haben, obwohl es sehr schön war mit dir, sagt Meyer Wölben. Aber ich weiß, dass du ja auch deine Kinder vermisst hast, obwohl du jetzt deine großen Dreier hattest. Es gibt ja noch zwei kleine. Pocher bestätigt, dass es nicht sein Ziel gewesen sei, dass Weihnachten in diesem Jahr so ablaufe, und das habe er Amira auch gesagt. In Miami habe er eine schöne Zeit verbracht, die aber schon emotional gewesen sei, sagt Pocher. Er sei nun auf den Geburtstag seines zweiten gemeinsamen Sohnes mit Amira gespannt, erklärt er in der noch in den USA aufgenommen Folge. Mittlerweile sind er, seine Ex-Frau und die Kinder der beiden wieder in Europa. Denn im Rahmen des Geburtstags ging es für die Patchwork-Truppe in einen Freizeitpark in den Niederlanden. Wir hatten, muss ich sagen, einen sehr tollen Tagpunkt. Das aufeinander Treffen scheint gut gelaufen zu sein. Die Pochers und Meyer Wölben veröffentlichten in den vergangenen Stunden Eindrücke aus dem Freizeitpark Efteling in ihren Instagram-Stories. Die Patchwork-Familie ist wieder auf Kurs, schrieb das Model etwa zu einem kurzen Clip. Amira Pocher berichtet derweil von leuchtenden Kinderaugen. Das war auf jeden Fall ein gelungener Birthday-Trip, erzählt sie. Wir hatten, muss ich sagen, einen sehr tollen Tag, alle zusammen. Sie alle hätten Spaß gehabt und sehr viel gelacht.